Meine Tochter sagte, es seien die Hochhaushyänen. Das half mir auch nicht weiter. Aber zumindest bin ich abends mal hingegangen. Ich wollte sie mit eigenen Augen sehen, diese Frauen, die aufgespritzt und zurechtgemacht vor den Banktürmen auf ihre Beute warten. Immer zur gleichen Zeit, sagte meine Tochter. Und wenn sie dann aus ihren Büros kommen, die Businessmen, werden sie taxiert. Von weitem Anzug und Schuhe, beim Näher kommen Gürtel und Krawatte und ganz wichtig, die Uhr. Zum Feinjustieren noch die Frisur. Starfriseur oder Türke um die Ecke? Dann schlagen sie zu. Aufrechter Sitz, Beine überschlagen, Bosen präsentieren, Lippen schürzen. Die gebleetschten Zähne zeigen. Sie wissen, es gibt Männer, die wollen genau so eine Frau an ihrer Seite. Keine zum Diskutieren, keine für eine gemeinsame Zukunft. Ihre eigene Zukunft haben diese Männer schon fest im Auge. Diese Zukunft braucht ein schmückendes Beiwerk, etwas fürs Bett, eine Kreditkarten-Beauty. Meine Tochter kennt sich aus. Sie arbeitet ebenfalls in einem der Banktürme und sieht sie Abend für Abend dort sitzen. Ich habe es zu spät gemerkt. Sie heißt Amanda, hat mir meine Tochter eines Abends gesagt. Oder sie nennt sich zumindest so. Aha, habe ich total blauäugig geantwortet. Und was soll mir das jetzt sagen? Nur, falls du dich wunderst, dass Papa plötzlich Überstunden macht. Und so. Und so? Und so? Er hat einen neuen Chef, antwortete ich naiv. Ja, sagte sie. Der Chef heißt Amanda und ist eine Hochhaushyäne. Ich war sprachlos. Dann beobachtete ich ihn und unser Bankkonto. Es tat sich was. Sowohl auf unserem Konto wie auch bei ihm selbst. Diametral zu seiner schwellenden Brust nahm unser Kontostand ab. Nicht, dass mich das sonderlich beunruhigt hätte. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin nicht abhängig von seinem Einkommen als Investmentbanker. Aber eines wollte ich doch wissen. Wozu brauchst du zurzeit eigentlich so viel Geld? Und er? Ich habe ein paar neue Firmen im Blick. Die Aktien gehen gerade runter, aber die werden gewaltig kommen. Wer gerade gewaltig kam, war er. Da war ich mir sicher. Allerdings nicht bei mir. Unser Sex beschränkte sich auf ein Minimum. Mit Life Crisis, sagte er. Ich kann derzeit nicht. Kopfsache. Unterleibssache, dachte ich. Amanda. Eine Hochhaushyäne. Muss ich mich mit so einer auseinandersetzen? Habe ich das nötig? Aber sehen wollte ich sie doch. Ich bin hin, aber sie war nicht da. Wozu auch? Sie hatte ihren Fisch ja in der Angel. An dem Tag aber, als mir meine Tochter verkündete, sie säße wieder dort, wusste ich, ich hatte meinen Garten zurück. Nach vier Monaten. Die schaue ich mir an, sagte ich. Brauchst du nicht, entgegnete sie. Die sieht genauso aus wie die anderen, zum Verwechseln ähnlich. Trotzdem, sagte ich. Sie zuckte nur die Schultern. Jedenfalls hast du ihn jetzt wieder, sagte sie und verzog ihr schönes, junges Gesicht zu einem schmallippigen Lächeln. Die Frage war nur, wollte ich ihn noch? Das war mir. Bis zum nächsten Mal. Dann war mir. Untertitelung des ZDF, 2020